Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und ich habe keine Ahnung, ob ihr es wusstet, aber der Manga Naruto ist seit ca. einer Woche beendet worden. Ganze 700 Kapitel hat das Ganze gedauert, bis dann endlich mal Schicht im Schacht war. Und ich habe mir gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, um ein bisschen darüber zu plaudern. Ach ja übrigens, da der Manga jetzt abgeschlossen ist und ich generell über ihn reden werde, dann müsst ihr natürlich damit rechnen, dass hier und da ein paar Spoiler mit dabei sind. Gestartet ist der Manga 1999, wie auch die meisten anderen sehr bekannten Shonen-Manga-Serien, wie zum Beispiel Dragon Ball, One Piece, Death Note und so weiter und so fort, im Weekly Shonen Jump Magazin und ist dann wöchentlich jeweils erschienen. Ich kann das gar nicht lesen! In Deutschland erschien Naruto erstmalig im November 2001 im Bansai-Magazin, was das japanische Pendant zur Weekly Shonen Jump war, denn leider gibt es die Bansai nicht mehr. Anime News aus dem Februar 2002. Wedding Peach läuft seit dem 4. Januar wieder im Nachmittagsprogramm von RTL 2. Die Mathematik-Genies unter euch wissen jetzt sicherlich schon, wie lange ich diesen Manga gelesen habe, das ist ganz richtig, 2001 fing er an, also habe ich ihn, sumarum, sumarum, 13 Jahre lang gelesen. Das ist praktisch mein halbes Leben. Gerade am Anfang war der Naruto-Manga einfach freaking awesome! Er war witzig, im selben Moment war er aber auch zum Teil sehr, sehr traurig und hat echt harte Themen angesprochen, wie zum Beispiel, dass Kinder in den Krieg ziehen müssen und zu Soldaten ausgebildet werden, beziehungsweise in diesem Fall zu Ninjas und andere Dinge. Ja, er hat wirklich einige Sachen anders gemacht, als die meisten anderen Mangas zu der Zeit. Gut, okay, ich kann jetzt hier viele Eckpunkte aufzählen, aber wir alle wissen natürlich, worum es sich in den 700 Kapiteln Naruto wirklich dreht. Ich persönlich finde, dass der Manga grob ab Kapitel 500 langsam aber stetig an Qualität abnimmt und, äh, ja, absäuft. Ich finde, man kann beim Lesen des Mangas deutlich spüren, dass Masashi Kishimoto, der Zeichner und Autor des Mangas, ab einem gewissen Zeitpunkt halt wirklich keinen Bock mehr auf die Story hat und versucht einfach nur noch das alles so schnell wie möglich über den Tisch zu bringen. Bei der großen Endschlacht-Narutos, dem, äh, Ninja-Weltkrieg, ähm, passiert einfach so viel Kram, die ich überhaupt nicht gut finde. Ich meine, kann mir mal einer sagen, warum der Asuma wiederholen musste? Wieso? Die Geschichte von ihm und seinem Team war doch komplett zu Ende erzählt. Warum nehme ich diesen Charakter, hole ihn wieder und schleife ihn dann wie so ein totes Stück Fleisch an einem Schlitten festgebunden durchs Dorf? Das ist doch einfach furchtbar. Ich meine, dadurch verliert doch, ähm, der Story-Arc, in dem er gestorben ist, komplett irgendwie so ein bisschen an Bedeutung. Das wird einfach alles total verwässert und... Oder eine andere Sache ist, dass Kishimoto in dem Krieg gefühlt jeden Furz-Pupel-Ninja wiederbelebt und nochmal ihn einem Auftritt gibt. Aber den einzigen, der so neben dem vierten Hokage so einen richtigen Einfluss auf Naruto jetzt zum Beispiel machen würde, also auf den Hauptcharakter, wäre ja halt Jiraiya. Ja, anscheinend mag Kishimoto Jiraiya doch nicht so gern und genau deswegen sehen wir ihn nicht wieder. Aber dafür zum Beispiel solche unwichtigen Furz-Charaktere wie, ich weiß auch nicht, Dahn, Tsunades-Ex-Stecher. Ich meine, das ist auch einfach unlogisch. Kabuto archiviert und sammelt, ähm, Zellen von wichtigen, starken, berühmten Ninjas, um sie im Fall der Fälle als Zombies wiederzuholen. Ist okay. Sehe ich ein. Aber warum hat er denn Zellen zum Beispiel von dieser Oma aus Tsuna Gakure? Oder halt von Dahn? Weil das waren jetzt nicht wirklich krasse Charaktere. Und dann willst du mir weismachen, dass er die Zellen von Jiraiya nicht hat? Was auch ein bisschen fragwürdig ist, ist, dass Kishimoto in dem Krieg so bestimmte Kämpfe anfängt und wir nie wirklich den Ausgang sehen. Wir sehen dann halt, yo, Kakashi lebt noch und der ist da am Start. Aber wie der das geschafft hat, seine Gegner da umzunieten? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Das größte Problem, was ich sehe, ist aber, dass Naruto später, ich nenne es mal, Dragonballifiziert wurde. Denn gerade am Anfang war es so, dass man bei Naruto die Kämpfe strategisch angegangen ist. Die Leute haben sich nicht einfach blind auf die Fresse gehauen, nein, die haben vorher einen Plan gemacht. So, wie greife ich ihn an? Was für eine Technik setze ich ein? Wie kann ich ihm eine Falle stellen? All so ein Kram. Was Ninjas halt tun. Und genau das fand ich so gut an Naruto. Weil nämlich schon Manga in der Regel ja nur so sind von wegen Boah, auf die Fresse! Genau hier war Naruto aber anders und hat erfrischenden Wind in das ganze Genre gebracht. Nur leider ist das am Ende des Mangas komplett weggefallen. Naruto und auch Sasuke bekommen nacheinander und in viel zu kurzen Zeitabständen neue Power-Ups, die sie einfach total imbar machen. Denn es war am Anfang ja auch echt immer so, dass Naruto der kleine Furz war, der nichts konnte. Er war der klassenschlechteste, er hat nichts geschissen bekommen, er hatte keine besonderen Techniken, er war einfach schwach. Und Sasuke auf der anderen Seite war das Genie, der Typ, der alles konnte, der nur Einser in der Schule hatte, in der Ausbildung und dem alles in den Schoß gefallen ist. Der die besondere Veranlagung fürs Kämpfen und all so ein Kram hatte. Und es ging immer wirklich darum, dass Naruto sich aus der Scheiße hocharbeiten musste und wirklich hart trainieren musste, damit er Sasuke das Wasser erreichen kann. Nur leider ist es gerade später so, dass Naruto gefühlt mit sehr, sehr, sehr wenig Aufwand, wo er sich vorher noch die Hände blutig trainieren musste, auf einmal Power-Ups bekommt, die ihn komplett imbar machen und er auf einmal alles wegbäscht. Das gleiche gilt für Sasuke. Ich meine, der hat einen schlechten Tag. Und dieser schlechte Tag ist so ein emotionaler Auslöser für ihn, dass er einfach komplett imbar wird. Ich habe heute Morgen den Bus verpasst. Dann bin ich zu spät zur Arbeit gekommen. Dann hat mein Kollege das ganze Tipp-Ex leer gemacht. Und als ich dann nach Hause kam, war der Schokokuch, auf dem ich mich den ganzen Tag gefreut hatte, aufgegessen worden. Power-Up auf Knopfdruck! Ich habe die Macht, euch alle mit nur einem Blick zu töten. Ich will Rache. Ratet, was ich jetzt mache. Ganz recht. Ich habe jetzt prinzipiell kein Problem damit, dass Charaktere in Mangas durch irgendwelche Ereignisse auf einmal eine neue Stärkequelle bekommen oder halt zum Super Saiyajin werden oder sowas. Kann ich falsch verstehen. So ist es jetzt nicht. Aber gerade weil Naruto am Anfang so anders war, ist es halt echt schade, dass es irgendwann genauso geworden ist wie bei allen anderen Mangas auch. Und am Ende einfach nur noch so... Der Manga ist seinem eigenen Stil nicht treu geblieben und hat sich am Ende selbst am Bein gestellt. Kommen wir jetzt endlich mal zum Ende des Mangas. Das Ende war jetzt nicht scheiße. Es war aber auch nicht geil. Ich meine, das war gerade am Ende einfach alles so viel zu schnell. Jetzt alles zusammengequetscht, gekuddelt, muddelt und nur weil Kishimoto anscheinend es für wichtig hält, dass sein Manga genau glatt mit 700 Kapiteln endet. Mein bestes Beispiel ist der Endkampf zwischen Sasuke und Naruto, was ja eigentlich für alle klar war, dass das das Highlight und das Finale des Mangas wird. Das erste Mal, als die beiden sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, haben wir, ich glaube, das waren so 12, 13 Kapitel bekommen, wo der Kampf halt zwischen den beiden war. Und also sind ja alle davon ausgegangen, dass am Ende, wenn sie sich wieder auf die Fresse hauen, das viel bombastischer wird und krasser und raffinierter und emotionaler und alles halt größer, mega, besser, toller. Wenn wir jetzt wirklich nur von Zahlen ausgehen, haben wir jetzt für das Ende des Mangas nur 6 Kapitel bekommen. Das ist gerade mal halb so lang wie der erste Kampf. Ich meine, da liest du 13 Jahre lang diesen verkackten Manga und dann wird das so beendet? Was soll denn das? Man kriegt dann so wirklich das allerletzte Epilog-Kapitel vor den Latz geknallt und wird da mit fertigen Tatsachen konfrontiert, wo man überhaupt nicht weiß, wie das zustande gekommen ist. Naruto ist auf einmal total ernst und Hokage und keine Ahnung was. Ich meine, wie passt denn das zusammen? Das war ja gerade so ein Kritikpunkt, dass er als, ähm, ja, hitzköpfiger, sturer, äh, Jugendlicher, äh, meint, er verändert die Welt, weil er ja so jung und stark ist und hoah und keine Ahnung was. Und alle haben um ihn auch immer gesagt, pfff, nee, du, so läuft das nicht. Und das war auch gut so, denn das ist einfach naiv zu glauben, man kann nur mit guten Absichten die gesamte Welt verändern. Ähm, und gerade deswegen ist es ja interessant dann zu sehen, wie Naruto sich verändert, dass er wirklich zu diesem erwachsenen Mann wird, der da eine andere Einstellung hat. Sehen wir aber nicht im Manga. Am allerschlimmsten finde ich aber wirklich, was am Ende mit Saske war. Ich meine, der Junge baut nur Scheiße. Und ich meine, der baut wirklich nur Scheiße, ja? Das ist nicht so einer, huch, ich bin da jetzt mal eben ein bisschen kackegelatscht. Nee, der Junge nimmt Anlauf und macht einen Flachkörper in ein riesiges Becken voller Scheiße. Und das auch nicht nur einmal, sondern mehrfach. Die meinen, was will man denn daraus mitnehmen? Du kannst machen, was du willst. Leute umbringen, deinem Heimatland den Krieg erklären, nach Herzenslust rummetzeln und scheiß Emo Nummer 1 sein. Und am Ende sagen alle, boah, bist ja doch ein ganz netter Typ und so. Wollen wir nicht wieder Freunde sein. Mäh. Gott, Sakura hätte den in den Arsch treten sollen und hätte Naruto nehmen sollen. Das wäre ein besseres Ende gewesen. Ganz ehrlich, ey. Boah. Wir sehen halt auch nicht, wie Naruto selbst zum Hokage wird. Ich meine, ja, er ist es dann später. Aber ich hatte mir immer so ausgemalt, dass wenn es dann mal soweit ist, weil das war seit Kapitel 1 die Mission des Mangas. Naruto wird Hokage. Dass wir dann so eine Art, ja, cooles Kapitel bekommen, wo du so eine Zeremonie siehst, wo dann alle da sind und so, yeah, voll cool und alle sind da und wir Glück wünschen ihnen und keine Ahnung was. Aber nee, haben wir nicht. Tja, das alles haben wir jetzt nicht bekommen. Und das ist halt einfach echt schade, weil als Leser weiß man ja, dass Kishimoto eigentlich bestimmte Sachen besser kann. Ich meine, die Sache damals mit Itachi war einfach WHAAAAAT? Es ist halt wirklich einfach schade, dass es jetzt so gekommen ist, dass viele Andeutungen und viele Sachen, die viele Fans vermutet hatten und darauf hingefiedert haben, jetzt einfach nicht so eingetreten sind. Aber das willst du machen. Kishimoto hatte lange keinen Bock mehr auf den Manga. Das merkt man alleine auch schon deswegen, weil er einen One-Shot kürzlich veröffentlicht hat namens Mario. Da geht es um Auftragskiller und Mafia, Yakuza-Zeug. Spielt er so in unserer Zeit. Und ist wirklich mehr für Erwachsene eher. Aber ich finde, daran sieht man halt, genau, wenn er schon die Idee für den anderen Manga im Kopf hat, dann will er ja das, was er gerade am Laufen hat, schnell zu Ende bringen, damit er das andere machen kann. Das ist für mich eigentlich Bestätigung genug. Ich habe jetzt wirklich viel rumgeflamed und ich kenne meine Naruto-Fanboys. Die werden bitterböse bei sowas. Und genau aus diesem Grund werde ich noch ein zweites Video machen, das dann morgen oder übermorgen auf jeden Fall sehr zeitnah nach diesem Video rauskommen wird, indem ich einfach ein paar Vorschläge mache, wie ich mir das Ende vorgestellt hätte, wie es besser gewesen wäre, meiner Meinung nach. Wenn ihr also mit diesem Video unzufrieden seid, dann guckt euch auf jeden Fall das nächste Video dann an, wo ich mich dann quasi rechtfertige für den ganzen Kram, den ich hier gerade erzählt habe. Und ja, bis dahin sage ich erst mal haunse baunse!